Musik Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Ähm, ja, ich kämpfe natürlich immer noch mit der Erkältung, das ist eine Aufnahmesession, eine ganz kleine wahrscheinlich nur, äh, deswegen muss ich auch jetzt wieder gehen, einen Moment. So, da bin ich wieder. Ja, natürlich hat sich dann im Vergleich zum letzten Mal nichts geändert, ähm, ich habe immer noch das Season 7 Set aus Wrath of the Light King und die Unheilsklingel, wuhu, weiterhin voll auf Vielseitigkeit, alles was, es geht wirklich, mehr geht wirklich nicht, ich habe alles was es gibt in der Hinsicht. Und als, äh, ja, als, ähm, wie heißt's, als Horde Paladin spielt man ja mit der Insigne, das heißt, diesen, diesen Bonus habe ich drin, ansonsten ist der hier natürlich niedriger. Menschen hätten maximal, ähm, ja, nehmen wir das einfach mal raus, Menschen hätten maximal 24,56 Prozent. Aber gut, jetzt habe ich den, ja genau, drei Sekunden, die, äh, noch mal nachwaffen, das heißt, die Talente haben sich auch nicht geändert, das ist alles das Gleiche hier, das hier genauso. Also, ich könnte ja mal mit Seraphim spielen, nochmal 1000 Vielseitigkeit mehr. Dann müsste ich aber eigentlich sogar hingehen und das hier austauschen gegen die On-Use-Insignia, weil da nehme ich nochmal Vielseitigkeit, das ist geil. Ich verliere jetzt mal 500, hier gewinne ich 1000 und wo ist es denn hier nochmal 1534, das heißt, ich gewinne 2000 Vielseitigkeit. Haha, ich glaube, da bin ich irgendwas um die 50 Prozent. Ja, ihr kriegt dann auch 25 Prozent weniger Damage, ne? Das ist, das darf man nicht vergessen. Und 50 Prozent mehr Schaden und Heilung. Und nochmal 20 Prozent mehr Heilung durch die, ähm, wie heißen sie? Ja. Jetzt habe ich's vergessen. 20 Prozent mehr durch die Flügel, also Schaden und Heilung. Schon ordentlich, oh, scheiße, ich hasse das irgendwie immer hier. Wenn der Anfang hier beschissen ist, dann kann man's vergessen. Ja, und das wird, glaube ich, so sein, weil die Leute nicht in den Zack gehen. Ja, jetzt werden wir hier abgefangen. Okay, die Zahlung, wer hat, ja. Genau, jetzt werden wir hier angegriffen. Und gehen jetzt alle zurück, genau. Ja, jetzt hat der mich im... Hat aber den Boni nicht. Ist natürlich extrem scheiße eigentlich, was wir hier machen. Ich nehm die mit Sicherheit nicht auf. Ach, halt schon, der hat's ja... Oh, ein Tank. Boah. Hat ein Tank, das ist mir ja schon... Ja, schön, jetzt sind hier schon vier tot. Das ist, das ist... Das ist, das ist... Das ist, das ist... Das ich nicht verstehe. Wahrscheinlich, wenn hier gleich... Ja, da stehen sie schon. Ja, genau, der geht zurück. Hat er recht. Wie ist da? Du voll irgendeine Decay. Scheiße, er macht nicht wirklich das. Er macht's. Okay, gehen wir mal mit. Ich bin eh zu doof hier oben. So, da. Da ist nix, da ist nix. Ich spiele mal heute mal ein bisschen Beschützer. Wird zwar nicht viel bringen, scheiße. Wenn ich das hier so'n sehe. Dann werden wir den mal... Dann töten wir ihn jetzt gemeinsam. So, jetzt... Ich spruch drauf. Den... Das wirst du nicht überleben. Wenn jetzt die Terrence benutzt, er benutzt es. Mach mal den mal langsamer. Er hat's überlebt. So. Du kommst nicht weit. Müssen wir mal gucken, wie ich ne... Wie man in der Arena damit spielen kann. Dazu muss ich aber erstmal wieder ein Team haben. Ein Dreier-Team. Ich will ihn eigentlich heilen. Frieden. Bleib ihm auf dem Fersen. Genau. Grip ihn. Stun ich ihn. Und töte ich ihn auch. Oder töte ich ihn, töte ich ihn. Mein Kill. Plopsch. Und Double Crit. Habe ich so viel Crit? 13% ist nix. Das ist nischt. So. Geht's jetzt weiter. Ähm. Ah. Die haben sie. Das ist auf der... Oh, der ist cool. Okay. Und er ist soweit durch. Der sollte das auch schaffen. Jetzt müssen wir nur den schnell umhauen. Was ist er denn? Spasti, hau ab. Fick dich. Oh, da krieg ich jetzt schon wieder's Kotzen. Ist da ein Priester hinten dran, der heilt. Oh, natürlich noch ein Hunter. Wieso kann ich ihn nicht treffen? Ist das ein Tank? Keine Ahnung. Na, super. Oh, du scheiß Hunter. Nee, das schaue ich nicht. Spasti. Ist im richtigen Moment Spurfeil gemacht. Ja, du Witzball auf den Haider. Ja, äh. Wir sind hier nur zu zweit. Und ich bin froh, dass ihr hier nicht verrecken werdet. Sind die Terrells angeschmissen? Scheiße, Spock, oder? Was für ein Trottel? Ihr habt die Flagge. Ihr müsst eigentlich immer ganz anders hin. Das war ein Fehlerblick hier. Oh, haben wir abgegeben. Cool, gar nicht gesehen. Können wir die jetzt wegdrücken, oder? Können wir zumindest versuchen. Okay, nur in der Theorie. Ach, das hat Falli schon wieder. Oh, ihr Schweine. Oh. Ja, gut. Drei Millionen mal auf die Leute abprügeln kann. Alles klar. Mach auch viel Schaden. Yo. Ach, mich ärgert das manchmal so ein bisschen. So. Aber doch ganz gut überlebt, noch. 4 zu 1. Immer schlecht. Da war, dass ich dabei nume, dass der Anfang irgendwie scheiße war. Aber gut. Da ist der Priester von uns. Da ist ein Spinner. Durch CC'd. Ach, der lebt ja noch. Jetzt nicht mal. Ach, du Scheiße. Ich dachte, der wäre tot. Oh Gott. Amateurhaft. Ich dachte, der wäre tot. Na, wunderschönig gerade, warum der da gestunt wird. Ach, die sind schon wieder da hinten. Hat er jetzt Helfer, oder nicht? Das ist jemand, Freund. Das ist der Wisch. Das ist der Wisch. Das ist der Wisch. Das ist der Wisch. Schon die letzte. Tja, muss sterben. Der Typ ist jetzt den Stun. Das ist schon die Monscheiße. Ich gehe wieder rein. Das sind Hornoschi Leute einzeln rum. Das ist jetzt nicht Tim sein Ernst. Ja gut okay, hat sich ziehen lassen. Wollen die noch jemanden heilen? Stimmt. Schließen wir erstmal einen Stun. Er hat sich den abgeholt. Oh komm, er kriegst ihn hier. Und weg von ihm. Und immer schön heilen. Jetzt ist die Bubble an. Immer den da. Wings sind bereits. Dann, ah scheiße der den Winter. Oh Gott, jedes Mal verpeile ich den. Sowohl mit meinen Mitspielern als bei Gegenspielern. Geheilt. In line. Oh, wer wirbelt den denn? So stimmt der jetzt. Oh Gott. Was soll das Stern sagen? So down. Geht er da down. Ach der da. Ach so. Tatsache. Dodds Kicken wir mal. Eigentlich müsste er jetzt ein 4k sein, wenn er clever ist. Ah ne, mach du's auch. Das ist natürlich hoch clever. Aber der stirbt trotzdem. Die Killing Spree. Was ist dann hinterher? Das stimmt jetzt auch. Ha ha ha. Jetzt hättest er wieder. Kick. Oh. Tod. Hach. Manche sind schon echt klasse. Kommt er raus wahrscheinlich. Wasser. Ne, noch nicht. Kommt er raus. Hm. Der ist er doch. Und tschüss. Rampage Rampage Nachpuffen Dead heal Oh Jetzt spinns wohl Ich spinn beide Na komm zu mir Tschüss Krieger Hehehe Das scheiß Pit mal langsam Bappel Knapp 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 Jetzt kommt zu viele Ja 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 das kann sie mal Ja 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 Boah, das war gar nicht nur Shadow die ganze Zeit. Ah, Shadow da. Schaden war tot. Wahrscheinlich 20 Mal, hä? Ist ja egal. Ja, Executes. Das fällt alles in die Legion so weit weg. Das haben, glaube ich... Ich weiß gar nicht mehr, wer das alles noch hat. Haben wir hier gewonnen? Oh, 3-0 sogar. Guck mal, hier ist nichts geheilt. Dritter Helo. Oh, hier haben wir auch nicht geheilt. Ich habe zwei. Joa, kann man so nicht schmecken, ne? Tja, das war es jetzt auch schon. Ich weiß gar nicht, wie lange ging das jetzt? Ja, eine Viertelstunde ungefähr. Ja, doch, kommt durch. Ja, ein bisschen mehr war es. Ich habe es gar nicht gefunden. Na ja, gut. Wie dem was soll, ich sage mir immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn das dann, soll dann abdecken mit in die Kommentare oder auf Twitter. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.